Der Michael ist ein Trottel, ein Trottel, ein Trottel, der Michael ist ein Trottel, lalalalala Ja, das wird der Link sehen, wenn er singen könnte. Willkommen zurück hier bei The Wind Waker HD Meine Fresse, Freunde, bin ich doof gewesen da mit dem, naja, zwar bereits zwei, drei Parts her Bezüglich da mit dem Geisterschiff, Dingsbums, also ob er das erste Mal dort war, wenn wir ganz kurz, zeig es euch gleich Ah, nein, könnt ihr was machen da? Äh, Moment, irgendwie etwas leise auf den Kopf hören, so jetzt geht's ja da Crazy, crazy, ist es bei einem Spiel ein bisschen anders, äh, wo wollte ich jetzt gerade hin? Hm, Kartet, äh, Triforce, ja, ist das schön Ich will Nadelfelsinsel, genau, nochmal ganz kurz dorthin Weil sonst lässt mir das ja keine Ruhe mehr, Freunde, oh man, oh man, oh man, oh man Hm, 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 hm Und natürlich war es mein Fehler, ich war einfach nur zu bekloppt So, muss man dann mal hier hin und das abgeben die ganzen Bilder Lalalala Yeah, 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 du, 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 du Das ist geil, lalalala Mir so geil So, Leute Ähm Hallo, ist irgendwo Tingle Flaschen? Ich sehe gerade keiner Aber im Internet, das weiss ich doch, hoch, hoch So Ich bin doch mal hier rein und werden, äh Endlich, endlich Das Geheimnis zu erhöhen erforschen, was ich ja damals nicht geschafft habe, ich trottel Mensch Ja, du mich auch link So, Freunde, es ist eigentlich ganz, ganz simpel Es sind ja insgesamt 6 Stück, nicht wahr? Hm Hm Also dann Nummer 1 Hm, komm schon, komm schon, ein bisschen mehr ziehen, ein bisschen besser ziehen vor allem Besser, nicht schlechter Na gut, Magie habe ich genug, Fall habe ich genug Könnte also, äh, lustig werden, komm schon, komm schon Ja, man sieht schon, es geht, so Zwei Stück kennen wir bereits, die dritte ist dort oben Die ich von hier aus perfekt treffen kann, yeah Naja, wenn ich zielen könnte Was natürlich auch kann Und dort oben ist die letzte, meine, fress dich da leider verpasst, verpeilt, wie auch immer habe So, das wir noch treffen, ist eine andere Frage Was ich in der Flugbahn irgendwie einschätzen könnte, dann Yeah Krasser So, wo war jetzt, hallo wie einer dort Ja, geht doch, und die letzte dort oben Mein Gott, hey, habe ich mich letztes Mal angestellt hier Hmmmm, hm, 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 ja, raus geht noch mal kurz hier drin, haben nachgeschaut Es gab die Fernrohne, habe ich es dort oben gesehen, hey, meine Güte Ja, man, es ist noch ein Orange, aber immerhin, Freunde, also auf... Wenn ich mich schon mal klage, hey, es geht nicht und so, dann muss ich natürlich auch zeigen, dass es halt doch geht. Gut, wir haben das geschafft. M, 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 was wollte ich jetzt machen, was wollte ich jetzt machen? Wir haben Part 2, 15, glaube ich, was das heisst. Hallo? Hallo? Hm, egal. So, wir haben den Mund, das ist zwar ganz schön, aber nützt mir gerade am besten wenig. Wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen doof. Da kam gerade der, oh, keine Zeit für dich. Sorry, Kumpel. Äh, ja, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Wir gehen, würde ich mal sagen, zum, zum, ein Augengriff. Das war irgendwo in der Mitte, was? Genau, weil dann haben wir alle Riffe abgekupfert. Dann hole ich mir noch zwei Herzteile, wo er nicht wegfliegt, weiß ich allerdings auch nicht. Genau, noch zwei Herzteile. Dö, 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 dö. Ach, Freunde, haben wir alles so schön eingezeichnet, das eingeplant hier gerade aufs Spielmässig. Dass wir uns auch, denke mal, in fünf, sechs Parts haben wir alle Herzteile beisammen, die es hier so gibt. Wenn wir einen Plan aufgehen natürlich, daraus gesetzt. Was ein anderes Problem ist, aber es, ja, gut. Äh, Karte, nachher wieder zur Tingle's Insel gehen wir noch schaffen, weil hier gibt es ja noch ein Herzteil. Das ist aber später, als erst mal zum einen Augengriff. So, oh, Kohle, Kohle, Kohle. Wenn ich mal auf dem Weg bin. Nein! Gibt's ja nichts! Dass man so schnell unterwegs sein muss. So jetzt aber. Meine Fresse! Du 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 du. Ich bin ja hier auf Ictusk. Da ist ein goldener Terrehändler! Eine Rubine! Nicht doof! Ich habe ihn gerade übersehen. Mann, vorne ist er ja! Ich muss erst ein Essenpark machen, wenn ich schon mal hier bin. Kann ich doch gleich jetzt machen. Du 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 du. Ich habe glaube ich alles gemacht. Also den Baum dort oben. Ja, dann tobt ihr was. Machen später. Weil wir hier die Flasche haben. So. Äh, Link, können sie bitte? Link! Dankeschön. Hä? Normaler Terri? Nein! Wieso bist du hier? Scheisse. Egal. Also. Foto. Gut. Problem weniger. Mann, nur warten jetzt. Der andere Terri. Wird er weiter oben? Wieso fahre ich noch so lange? Einfach nachschauen. Ich habe doch irgendwann die Karte mit ihm. Äh, nö. Entschuldigung. Das war gerade falsch. Hier. Terrikarte. Ja, er ist eins weiter oben. Okay. Ne. Machen wir doch erst später, Freunde. Ich bin keine Rolle. Hallo? Karte? Nicht so. Mann. Mann. Hier. Ein Augenriff. Stimmt alles noch gut? Hm. Hm. Äh. Ja. Dankeschön. Alter, die Insel. Hey. Also ich muss Ganndorfer ganz schön gewütet haben, wa? Oh Mann, hey. Was für ein krankes Schwein. Naja. Unser Problem. Zuck. Das Ein Augenriff also. Dürfte relativ schnell gehen. Und dann, dann, dann. Hm. Dann geht's dann weiter. Oh ne gerade. Jetzt haben wir. Äh. Die Schatzkarten holen, wa? Wer noch eine Mission nicht machen könnte. Aber da muss ich auch irgendwie mal. By the way uns machen. Also sprich halt. Alle kann werden. Die es so gibt auf der Welt. Alle kann zusammen. Hey. Das wird. Ja. Was anderes noch werden. Ich weiss noch relativ genau, wo viele sind. Aber trotzdem. Wird's halt leider. Leider. Gattes noch ein bisschen dauern. So. Da werden wir auch noch hin. Machen wir nicht die auch noch. Naja. Hm hm hm. Machen wir einen kleinen Umweg. Und noch ein paar Flaschen. Sieht recht bedohlig aus, wa? Oh. Oh. Wieder viel Geld hier. Wieder viel Knete. Hm. Und vielleicht ein bisschen doofen hier. Ständig diese dämlichen Viecher rumschwirren. Ich mache den besten Bumerangplatte. Wobei. In mir gedacht. Mit dem Pfeil und Bogen. Ich gebe ihn sogar schneller. Fenster Rubine. Yeah. Äh. Der Ballad da. Hallo. Oh ne. Da kommt ja bereits einer. Uaah. Und ich bin gleich noch mal das Herz los, Freunde. Toll. Weil ich nicht mehr ausweichen kann von dem dämlichen Vieh. Das ist doch einfach nur viel zu viel. Ja. Jetzt reisst es aber. Tschüss. Meine Fresse. Ein halbes Herz. Äh. Ein halbes Herz. Echt? Nimm mich ein bisschen. Ich will noch Stress haben. Keiner. Gut. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mann. So. Aber ganz heller, Freunde. Ich habe ja vor dem Spiel. 100% abzuschliessen. Mit allen Fotos, allen Schatzkarten, allen Herzteilen etc. etc. Aber was er vermutlich nicht machen werde, ist alle Schatzkissen zu bergen. Weil es gibt sicher noch viele Fünfziger Schatzkissen und so. Und alle zu bergen. Nee. Vermutlich eher weniger. Weil ich habe keine Ahnung wo die alle sind. Und dann eine Liste zusammen zu suchen. Und alles abzuklappern. Naja. Also die grossen sicher. Weil wie gesagt, die sind ja per Schatzkarte markiert. Aber die restlichen hier? Nee. Du 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 du. Das sind wohl ein bisschen zu fieses Guten. So. Jetzt reisst er langsam Geld her. Daneben. Juuu. Ist eigentlich der Eingang hier? Ach hier ist er. Dann haben wir der schon wieder. Ja. Das hat aber gefressen Kumpel. Alter, wo kommst du mit uns her? Man Link. Alter Link. Mann. Oh Mann. Ich habe die ganze Zeit beide damit. Das kann man abbrechen so. Aber natürlich nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Weil ich diese scheisse Dinge hasse. Egal. Oder es sind noch mehr Dinge. Weil klar. Da. So. Passt doch. Passt doch. Boom. Jemand. Der Nächste. Gut. Oh. Verdammt. Da war ein bisschen zu weniger weit. Oh. Äh. Hallo. Hier bin ich. Naja. Der Letzte ist dort hinten. Und der natürlich auch noch um die Ecke. Hallo. Servus. Damit haben wir alle Riffen endlich abgekundschaftet. Yeah. Geht doch, wa? Ja. Ja. Ist klar. Kam schon. Jo. 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 Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rüber. Muss doch wieder so machen, wa? Der Wind ist auch ein bisschen falsch. War ja klar. Wenn ich zocke, ist es natürlich immer falsch. Äh. Warte. Nein. Mann. Das erste Lied. Vergiss es trotzdem immer wieder. Yeah. Äh. Na ja. Wird schon gut gehen. Nach Nordosten. Du du du. Du du du. Es wird wieder Tag. Yeah. Yeah. Jo. 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 Irgendwie so missklappen. Mal von hier oben. Runterfliegen. Okay. Noch Einmal. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Das Himmlische Kind. Spiel das Lied des Windes. Yeah. Ja. Ja Freunde. Sowas muss ich doch sagen. Liebe. Vor allem so bei Zelda Spiel, wenn man alles so komplettieren kann. Alles kompletter wird und so. Das ist einfach nur affenmässig geil. Yeah. Eine Schatzkote. Äh, yeah, gut. Die Frage, wo jetzt die wären? Äh, tut tut tut... Äh, ist das überhaupt so? Ist das von hier drüben? Nö. Nummer 1 und her grösser, welcher ist das? So, ich kriege kein Herzteil, wa? Äh, also hier! Wie soll es hier? Hä? Dort? Et pourquoi? Versteh ich nicht. Das ist doch verrückt, man. Ist zwar cool, man, aber ist auch verrückt, man, man, man! Ja, ja, alles die Männer, wa? Hm! Mööööää... Jaaa... Läuenkönig ist schon gut! Wollt ihr mal, Kumpel... ...an Bord, so? Mal schauen, es ist jetzt Wurgen, was ich fragen darf! Mann, ne, ich, ah, was ist mit dem Bremsen hier, also manchmal ein B-Knopf, wenn ich so wie ich gerne möchte, so, es muss aber reichen, geht doch, yeah, und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt jetzt dabei heraus, ja, 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 die Leucht-Zirkel-Karte gefunden, damit ihr die Position, ah, Leucht-Kreise bei Vollmond und Meeresoberflächen zu sehen sind, oh, Vollmond, hätte ich auch gefunden, ob das mal wäre, für, 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 überlegt, gerade ein Herzteil oder was, eine besondere Karte, weiß gar nicht mehr, hm, egal, gut, das Reif hätten wir als auch abgekundschaftet, Herzteile, 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 will ich noch, nicht wahr, hm, und Tingle muss ich ja später sowieso noch freuen, wegen den ganzen Karten, ja, wissen was, mache ich jetzt mal die Karten nochmal komplett, muss halt die Restlein herzelt auch noch ein bisschen warten, Entschuldigung, habe ich ja leider zu viel versprochen, also wir nochmal einfüllen, irgendwie ein, äh, ja, 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 du, 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 ich war zuvorheilig, das ist leider wieder mein Wort, ich bin komplett falsch gefahren, ich trottel, Draconia ist so eine coole Insel, ich bin hier, für später auch richtig, aber, Mann, oh Mann, Schatzka Nummer 13, Greifenhaus-Insel ist da unten, Mensch, Tantropia, geht doch, wenn ich es hier bin, hm, doch erst später, ne, mach jetzt, wenn ich es hier bin, nach rien was dazwischen, ich kann es so gut planen, trotzdem immer, irgendwas ist es immer, passt Ich weiss genau, wie ich die Fotos noch machen kann hier. Du 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 du. So, dann mal gucken. Ich muss mal ganz kurz meine Tasse zu, ein bisschen zu mir hinziehen, damit ich hier auch alles noch abhacken kann. Oh ja, was vergessen. Tschüss. Yeah. Äh, tschüss sag ich schon. Tschüss natürlich. Wo ist der andere Arsch? Der Typ, der irgendwie Maniac oder so heisst, der muss irgendwo hier drin sein. Uiuiui, der Raum hier, warte, wird immer auch voller. Geil. So, wo ist jetzt der Maniac? Wo bist du denn? Wo ist denn der Maniac, der Mani Mani? Ist natürlich nichts. Das ist der Darkonie Raum, da kommt jetzt der Tantopia Raum und Sie hat den schönen Wampenmalungen hier. Du du du. Lala. Ja, sag mal. Wo ist denn der Arsch, du-du-du-du-du? Äh, ich weiss mal, Nintendo, wo ist er? Das gibt's nicht, die Suche beginnt ja von Neuem. So wie ich mich kenne, ist er gar nicht der Tod wird zuletzt suchen, nicht wahr? Jetzt auch nicht, jetzt das Swingel und so. Die grossen Feen sind hier, wieso... Was ich nicht verstehe, ist, wieso sind Kleinfeen... Ich hab doch die ja fotografiert, die kleinen Feen. Könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt, hab doch gemacht. Hm... Quasi. Egal, ich kann mich nicht mehr wieder machen, kleine Feen fotografieren. Gar kein Problem, deswegen nicht verzagen, Michael fragen oder so in der Art. Äh... Achso. Nö, hier war ich gerade. Das war ja der Bossraum, du-du-du. Also Boss ist halt Monsterraum, wa? Tja. Das ist ja mit dunklen Rüstungen natürlich auch nicht schlecht. Trotzdem, wo ist der? Hm, 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 hm. Das gibt's doch einfach nicht, hey. Wo ist denn der Herr Bloss, der Bloss? Zeig mal ein paar Blöse, dort ist er ja eigentlich, meine Fresse. Äh... Ja, ich weiss, ist schön und so. Sag Tschüss! Was? Nein! Geht doch! Oh, Menschenskind, ey. Du-du-du-du. So, alles abgegeben und dann geht's ab, äh... Greifenhorstinsel, genau. Greifenhorstinsel. Karte komplett machen, Schweifers suchen und, und, und noch so vieles mehr. So. Typie. Okay. Achso, da hat er bereits alles abgegeben, aber okay. Ja, der Manni! Mit einem Van, ja, das ist ja gut. Mit einem Van, ja, ja, mit einem Van. Der Einzige auf der Welt, ich weiss. Das tut's mir leid. Äh... So, natürlich von dir auch noch. Welch Schö... Heit, ja. Ich weiss, liegt im Augenblick jetzt betrachtet, aber man kann's doch übertreiben. So, kommt der Terry noch dazu? Oh, und ich bin mir irgendwo tief, ey! Gut, ich muss ganz kurz gucken, Freunde, wo habe ich jetzt... Terry, Terry, auf welcher Liste ist jetzt der? Müsst das mehr sein, wa? Ah, hier ist er bereits. Terry, Moment, mach ganz kurz hier ein Häckchen. Damit ich das auch habe. Wunderbar. Ja, ja, ja. Gutschön. So. Jetzt kommt... Oh, der geht gar nicht. Nein, so geht der nicht. Verdammt. Der aber! Der Sternschucker! Wüss! Achso. Entschuldigung, mein Fehler. ZZZ. Ey, hallo? Album? Löschen. Dankeschön. Löschen. Dankeschön. So. Den noch, den noch, den noch, den noch. Äh... Hab ich auch schon, wa? Hab mehrmals drin gehabt. Scheisse. So. Versuchen den Rest noch. Hab ich auch schon, wa? Hä? Echt nichts? Okay, das ist auch das Meer. Was sind das für Viecher? Das ist nicht das Meer. Das ist irgendwie... Der Monsterraum. Äh... Was könnte das gewesen sein? Das muss irgendwie... Die Killananas sind das! Genau! Gut, jetzt kommt der Georg dazu. Äh... Nur durch der gemeint. sowas die ganzeße Universe. Uh, Lost Immelination. Wo ist der Guillor? Das hast du mir auch! Ist das geil, Mann! Mhmhmhm. Ja, schön. Dödödödödödödödödödödödödöd. Du 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 du. Sich inwurfen mehr und so. Naja. Das wird von der Nimbusgarde sein, wa? Ja, er kennt's endlich. Na Gott sei Dank. Ne Nimbusgarde, machen wir's auch noch. Du du. Ja, das hat was günstig und so. Man kennt's ja, Freunde. Man kennt's ja. Ist nix neues, wa? So, und dann gern noch den Pyromagus. Oh, du hast mir noch mal einander gebracht, ist das geil. Geils Motiv und so, versteht's schon. Ja, ich versteh alles. Jetzt hat er sein Kunstwerk, bla 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 bla. Du bist langweilig wie ohne je. Ne Kabe noch zum Schluss. Oh, geil, hast mir ne Kabe gebracht. Jemann. Du 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 du. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. So, bevor es vergessen, ganz kurz noch mal hier die Liste abhaken. Hab da vor allem einen Fehler gemacht, Freunde. Das riesige Flugfil, was ich fotografiert habe. Oder per Miniverse, weiss gar nicht mehr. Das war gar kein Killer Ananas, das war irgendwie ein Killer Onus. Ja, ich weiss, den Namen musst ihr merken. Das ist... Na ja, so. Kabe aber auch abgegeben, gut. Kann man die auch schon mal abhaken. Fehlen noch einen, den ich noch nicht gemacht habe. Äh, sehen wie so der Typ dann am Schluss gesehen hat. Ähm. Du musst sehen wie mehr sein, wa? Kategorie mehr. Ah, das ist Seemann Geronisino. Meist erscheinbar. Ja, das Bild könnte etwas stimmen. Was für Namen teilweise haben. Echt verrückt, wa? Hm, hm, hm. So. Äh, wir haben alles und keine Hotels mehr. Das ist natürlich sehr schön. Juuu. Gut. Das hätten wir. Zum kurz überlegen. Von der Zeit her. Der Part ist eigentlich bereits vorbei. Kacke! Hm, wir haben zwar viel geschafft, auch von dem her. Gut, Freunde. Wenn wir sagen, der Part ist, ja, wie gesagt, vorbei. Wir haben viel geschafft. Oder einiges zumindest. Ähm, im nächsten Park geht's dann hier hoch. So erst hier. Greif noch aus der Insel. Weil ich will hier die Karte nachholen. Äh, Karte und Hörten Schatz hier. Und zwar... Wo bist du jetzt? Den hier, Nummer 1630. Holen wir uns. Dann geht's hier hoch. Karte vollständigen, etc. Und wir holen uns noch ein paar Schweifersplitter. Und dann gehen wir zu Terry. Und holen uns dann Herzteil. Wir setzen alles. Und ja, äh, Terry sage ich schon Tingle natürlich. Meine Güte. Ja, wir sind sowieso noch mal dorthin. Weil ihr seht schon. Triforce Kart. Die letzte in unserem Bunde. Geil, Mann. Also dann. Äh. Natürlich etwas vergessen. Flaschen. Stop it, Dave. Fertig. Egal, vor allem für dich. Äh. Wer ist das? Keine Ahnung. Sorry, Kumpel. Was beim Annäherm verschwindet das? Ja, das ist ein Schatz. Das ist immer so. Weil sonst wäre es zwei noch nicht zu bergen. Ach ja. Also gut, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Hier bei The Wind Waker HD. Tschau zäme. Yeah. Tschau. 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 Tschau.